So, packen wir nochmal unsere tolle Armlehnen-Universal-Autopo-Pad aus, in der Dimension 5 cm hoch, 21 cm breit und 32 cm lang. So, das mache ich mal ganz gerne, dass wir nichts gebraucht haben. So schaut die aus. Hier unten hat die Dill. Und auf der anderen Seite hat die Pfeil gerade genäht. Eine Struktur. Sehr, sehr schön genäht. Da kann man gar nichts sagen. 5 cm hoch, 21 cm breit und 32 cm lang. So. So. So.